Mit Algorand leider, leider hinken wir noch hier weit zurück. Wir haben mit Algorand noch nicht mal ein Higher High gesetzt. Noch nicht mal, das ist leider noch nicht so stark. Auch wenn der Push sehr, sehr gut aussieht, auch wenn das schön ist zu sehen. Ich bin bei Algorand immer noch vollkommen positiv, aber wir müssen halt zugeben, dass das hier noch nicht so positiv ist, wie das, was wir bei XRP sehen oder bei Cardano sehen oder bei XLM sehen oder auch schon bei HB, bei HB zeigt auch schon, dass es in eine positive Richtung geht. Aber wenn wir diesen Chart hier einmal uns angucken und sehen, dass wir es noch nicht geschafft haben, diese Highs hier zu brechen, ist das noch nicht so positiv. Ganz geschweige denn den hier oben oder den hier. Haben wir halt noch nicht geschafft. Aber abwarten, meine Lieben. Ich bin sehr positiv gestimmt, was Algorand angeht. Aber wenn wir uns halt HB angucken, haben wir wenigstens schon hier diese Highs, die wir hier gesetzt haben, haben wir wenigstens schon gebrochen. Und den, auf den wir warten, ist ein echter Endgegner, weil wir auch hier historische, signifikante Preistargets haben. Daher ist das, was HB hier einfach macht, wesentlich stärker. Wesentlich, wesentlich stärker. Und Bitpanda haut hier eine zeitlich begrenzte Aktion raus. Wer für kurze Zeit 25 Euro in Kryptowährung auf Bitpanda investiert, der bekommt 400.000 Bon geschenkt. Daumen, meine Lieben, geht über unseren Link in der Videobeschreibung. Auf Bitpanda und tradet sicher.